Buren, wie ist sie eigentlich noch, wenn wir zusammengekommen sind? Ja, da lange ist noch nicht her. Ja, aber, da haben wir jetzt mal ein Jahr nach. Häufig, die Mordlepp, oder? Ja, zum Beispiel Dorf, er ist in Geistal. Ja, das war die erste Spielerei. Das war die erste Spielerei. Und danach haben wir auch ein Schneiderwild Heimatabend. Ja, wo wir Schneiderwild drei zusammengespielt haben. Da ist schon umgegangen. Ja, ein Schneider-Alexandt, der ist bestimmt im Herzen krank. Aber wir sind gut beinahmt und fangen mal klein zum Jahr an. Grüß euch gerade miteinander. Wir sind das Kleiderwild Trio. Jetzt haben wir schon ein Stückchen für euch angespielt und ich darf uns jetzt mal ganz kurz vorstellen. Das ist der Fabio Bachertz. Er spielt Bariton, steirische und ein bisschen Gitarre. Grüß euch. Das ist unser Markus Zettl. Er spielt Harmonika, Bariton und einen Kontrabass und ist unser Mädchen für alles. Grüß euch. Und da haben wir noch unseren Kevin Reiter auf der steirischen Harmonika. Grüß euch. Ja, grüß mich, mit großem Christus IIagschirm drüber. Kommer hier! Der 쪽 ist auch der France? Und dann wo die Zeit noch rein, war der signal? Du bist ja, gar nicht? глуб Long, Buffalo,colo, quantum, quantum,chem, practicing, practicing football, Dr tightly und Ixt acke. Es war bei der Heimathahn beim Schneiderwied am Soto, wo wir mit seinen Zungen gespielt haben. Das war eine Ehre. Und dann weiter natürlich zum Schneiderwied Heimathahn mit dem Schneiderwied Rea. Das war schon eine Ehre. Dass wir hier zweimal gespielt haben. Das ist nach keinem gelungen. Nein, das hat Gott schon gesagt. Juhu, 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 Juhu. Aber dann der nächste neue Oingang, das war ein Heizer-Grosi. Das ist halt das, was wir erreichen wollen. Mit der Volksmusik einfach. Wir spielen halt auch das, was die Leute wollen. Und nicht um das Programm. Genau.